So, jetzt bin ich ruhig, jetzt gehts weiter. Boah, Drecksvieh. Ich geh mir auf. Keks, ja alles. Mamma Mia. Ach was. Das reicht. Weg. Ja, genau. Moment. Du, komm mal her, Goomba. Komm mal her, Goomba. Sei ein netter, Goomba. Danke. Guck mal, ob ich vielleicht das Schwert in meinen Schädel ziehen kann. Jetzt was von mir. Ja. Kommt der Vollstrecker. Ja, ich bin der Vollstrecker, mein Freund. Na, ha, ha. Blattermann. Komm her. Komm her. Was los, hä? Jetzt hast du auch mal keinen Bedroh, hier, wa? Komm her. Ich hau dir das Schwert in meinen Schädel. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, wow. Jawohl, geht doch. Komm nicht gleich so. Na, wolltest du mich, wolltest du mich haschen, ne? Meine Energie, bin besiegt. Dich erwischt es auch noch, wenn der Windfisch aufwacht. Du und ich, wir sind sein Traum. Verrecke. Feierabend hier, ey. Ist viel. Geht er doch mal rein? Hey, ein Klavier. Oh, dran, Klavier. Du hast die Poseidon-Orgel erhalten. Als Kratzer. Jetzt geht's mir besser. Flöte. Die Musik der Flöte weiß den Weg. Ähm, okay. Wo ist der Gokli hin? Muss ich wohl wissen. Ich weiß, wo ich jetzt hin muss. Ähm, ja. Ich spring jetzt mal einfach mal hier runter. Weil ich verrückt bin. War ich überhaupt richtig gelaufen? Nicht. Nee. 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 Ich laufe jetzt hier dahin, wo ich herkam. Muss ich hier lang. Nee, warte mal, warte mal. Kann man hier runterspringen? Ohne gedröten. Nee, kann man nicht. Verdammt. Nein. 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 So. Verschwindet. Alle aus meinem Blickfeld. Ohne Quatsch. Bin grad ein bisschen geladen. Na, Leute. Ist das schon die vorletzte erreicht? Ja. Ich hab... Ein Instrument fehlt mir noch und dann können wir endlich dieses Spiel auch beenden. Ruhig da in der Ecke. Da muss ich hoch. Noch. Nee. Nee. Ich hab mich jetzt wieder... Ich hab mich jetzt wieder eingespielt hier. Jetzt fange ich an, besser zu spielen. Sage ich mal so. Aus dem Bauch hinaus. Okay. Okay. Mal hier hoch. Muss man da lang. Oh. Ja, jetzt wegkommen hier. Ohne Quatsch. Ich will hier runter. Lass mich hier runter, verdammt. Ich will zu der Truhe hier. Du, verdammt. Berührt er ihn eigentlich noch mal. Das verstehe ich auch von diesem Spiel. Wie komme ich überhaupt an dieser ganze Truhe hier? Ich will an diesen... Kommt man da eigentlich hoch? Möchte ich mal gern wissen. Wow. Okay. Ich hab dir eigentlich angenommen, er fällt direkt auf die Brücke unter sich. Aber er sieht aussiegt direkt Richtung nach unten. Warten. So, das Kerl, ey. Ich will da kurz mal was forschen hier wieder. Die Forschung ist in mir wieder auf, aber... Kann ich hier eigentlich hochschwimmen? Das macht mich jetzt neugierig. Naja, natürlich nicht. Das wäre auch so schlimm, um wahr zu sein. Also, Hilfe, ich muss jetzt hier lang. Warum laufe ich eigentlich nicht mit meinem coolen Schild herum? So, ich geh mal hier lang. Ähm, ein paar Haken. Oder? Gut. Marina! Hilfe! Link! Ein paar Monster haben mich hierher gebracht. Was soll ich jetzt tun? Ich habe Angst! Keine Angst, Marina! Ich komme! Danke, Link. Das war Rettung in letzter Not. Sag, Link. Ach, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber Link... Marine! Huch! Oh, Tarin! Tja, da muss ich wohl gehen. Ja, wackeln wir auch schon mit den Hähnchen zu mir. Huhu, 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 huhu. Du kennst also das Mädchen, das die Ballade vom Windfisch vor dem Ei gespielt hat. Jenes Lied, das Schlafende aufweckt. Wollte sie etwa den Windfisch aufwecken? Das nächste Musikinstrument ist im Westen beim Koreptilfelsen. Mit einem Lied kannst du den Stein zum Leben erwecken. Ja, ich würde jetzt noch mal sagen. Nein, ich Idiot! Ah! Ich kriege es auch wieder hin heute. Was mache ich da eigentlich? Gleich, ich nehme gleich mein... Ich werde gleich hier... Mit meinem Kopf hier gleich... Oh, gegen rennen. Mann! Ja, genau, ich spuck mich an. Ich hab's verdient gerade. Mensch, ey, Mann! Ich krieg jetzt auch immer wieder! Dieser verdammte Reptive! Dieser verdammte Berg! Ah! Gas gehen jetzt! Dadadadada! Sing! Du bist ein Ochse! Aber ich bin ja der Dichter Lenk. Also bin ich auch gleichzeitig Ochse! Ah, Mamma Mia! Oh, lalalala! Ich versuche, ich darf wieder... Gute Laune in mir reinzupumpen! Ganz einfach! Ich lege das für diese Viecher von dieser Tepperei. Oh! Oh, wenn ich jetzt gleich nochmal hier runterfalle... Und so eine dumme Aktion bringe... Dann schreie ich! Dann fliegt die gleichfahrt durch die Luft! Oder sprich aus dem Fenster gleich! Oh, ich denke, das ist ja... Hier rein! Müsste es, glaube ich, auch das richtige Krötengebein sein! Wofür war eigentlich jetzt der Gocke so wichtig? Okay, aus dem Schiff jetzt zu... Aber sonst hätte ich ja... Ah, ja, hier! Jetzt hätte ich den Gocke gut gebrauchen können! Warum ist der Gocke überhaupt abgehauen? Was fällt denn Gocke ein, ey, ey? Und treu ist Vieh! Ah, ei, ui, ui! Au, au! Nicht ins Gesicht! Ja, wow, wow! Ja, du bist doch unter mir! Wie kannst du mich noch treffen? Oh, Mann, ey! Frustration pur! Puh! Ähm... Wollte jetzt so ein... Das Armband hier nehmen! Das Würmchen von die Birne werfen! Dann schreie ich... I have the power! Wieder mal! Ah, nichts, 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 nichts! Nichts! Ich springe hier nicht rum! Ach, hier war ich ja schon! Dachte jetzt schon! Ich dachte, ich hätte schon etwas gefunden! Aber hier war ich ja schon! Hier! Okay! Jetzt nochmal! Hoffen, dass jetzt der Schild... ...dafür gedacht war, hier weiterzukommen! Sonst... ...schrei ich hier gleich! Noch mehr! Oh, ja, genau! So ist mir vorgestellt! Wunderbar! Es geht weiter! Es geht weiter! Ah, genau! Sehe schon! Die letzten Dinger werden jetzt hier gelüftet! Ah, jetzt komme ich! Und was ist hier los? Du, tut ja hier, Ulriera! Der Kopf der Schildkröte ist dir im Weg! Dann hauch ihm einfach etwas Leben ein! Der wird sich bewegen! Ja, toll! Das haben die mir ja schon so gesagt! Oh, abgebessiert! Komm! Komm! So! Ich muss also ein Lied spielen! Ist das jetzt so ein Marina-Lied? Ah! Mal gucken, wie mir das Lied ausmessen wird! Nein, da war es dann... Dieses Lieds! Mal gucken, wie mir das jetzt schon passiert! Boah, ich dachte jetzt schon, was kommt jetzt. Level 8, Reptilfelsen. Ja, Leute, wir nähern uns jetzt endlich langsam. Immer näher unserem Ziel. Jetzt kommt hier die Freude. Was bist du denn? WAH! Also wird jetzt echt creepy hier. Was ist denn mal Treffen, hallo? Ahaha! Ja, toll, ich kann den Bogen nicht holen, oder was? Oh, zack. Zack. Ja, langsam wird es hier wieder. Jetzt geht es los jetzt. Jetzt kommt der Anspruch. Ohne mehr! Komm her, komm her! Na? Jetzt wollt ihr alle wohl sich euch nochmal mehr anlegen, wa? Wohl nur für euch. Ich habe bessere Schwert. Ich bin ein bisschen los. Was ist das denn hier? Ah, man kann es mit Scheukreuz lenken. Dachte ich mir schon so. Es kam mir so ein bisschen vor wie das, ähm... It's from my world, das Teil. Na toll, der hat 20 Robiner. Toll! Echt toll! Ah! Dann, dann... Ja, die Musik spitzt mir schon hier so zu, dass wir sagen können, es wird langsam immer näher am Ende. Ja, komm her! Du! Abfängig! So, komm mal direkt. So, jetzt ist die vier wieder. Nee, doch nicht. Ich dachte jetzt schon. Na, toll. Die 50 Robiner, sehr schön. Ja, fand ich toll. Echt? Du schon wieder! Komm her! Ja, komm! War wohl nichts, ne? Jetzt taucht ihr alle auf. Jetzt wollt ihr jetzt alle nochmal versuchen, mich aufzuhalten. Nee! Die Frage. Ah, verdammt. Warte mal, was könnte denn doch eigentlich... Komm her! Wow! Da hab ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich denke auch nicht, dass wir hier die Abgründe nutzen können. Das war... Wow! Kann man doch irgendwie aufhalten, oder? Kannst du denn nicht irgendwie verschwinden? Ah! Komm, pass, gekriegt! Weiß nicht, was du es darstellen magst. Bestimmt so eine Art schwarzes Loch, oder so. Aber ich würde es gar nicht mal ausprobieren, was du darstellst. Ich stecke dir... ...den Verkrümmelungsakt. Na. Na, ich sag mal so. Eigentlich ist diese Burg eigentlich leichter. Ich hätte da ein bisschen mehr Schwächkeiten berechnet. Aber was sag ich da? Ich bin mal lieber ganz still. Ich bin mal lieber in eine andere Richtung. Obwohl, ich gehe nochmal in die... Ah! Binst du vor mir? Du bist out, Junge! Hau ab! Mal nehmen es so. Dazu würde ich mal die Tür aufmachen. Ich bin hier ein bisschen in Bedrängnis. Ach ja, da bin ich auch gern mit. Mal kurz hier. Zack, zack, runter. Gut, so. Oh, es ist ein bisschen dunkel hier. Ah! Okay. Ich habe gar nicht eine Fackel und so. Das heißt, ich muss in die andere Richtung erst mal gehen. Naja, ich gehe mich auch. Na, na, na. Na, da brauchst du gar nicht die ganzen Rinsen gehen. Oh, die muss auch K.O. Ich könnte mir eigentlich auch mal nach geradeaus gehen. Das wäre auch mal eine Möglichkeit. Oh, da ist eine Ruhe. Kann man eigentlich... Ne, warte. Ich gehe erstmal so. Ich weiß ja nicht, ob man das komplett abdecken kann. Fuck. Ähm, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Hallo? Hallo? Wie geht das? Hallo? Ich... Verdammt! Ah! Was ist denn da? Was ist denn da? Ich bin da auch klein. Aha. Dann machen wir uns jetzt einfach den Weg selber frei. Ja. So, kommen wir trotzdem hier nicht weiter. Das ist schon mal ein Schlüsselschloss da. Hä? Was? Was macht ihr denn hier? Sind die auch noch hier aus Mario? Fassert mich. Ich will es gar nicht probieren, mich von dem berühren zu lassen. Ja, aber klar, wird ihr auch hier auf Kreuz. Ja, aber klar! Vielleicht kann ich dann auch Kreuz nicht hier durchgehen. Hä? Warten wir hier. Ja, jetzt bin ich hier. Dann wollen wir doch mal weiter gucken. Ey, was ist denn das für ein Quatsch hier wieder? Link Lärm mal echt, ey, mit dem Werfen. Das ist echt... Du hast echt verlernt. Stangen, wo man auch der dazugehörigen Rollen-Stator. Ja, mal sehen. Und jetzt mal hier... Der ist schon wieder. Ja, genau. Den muss ich ja anders besiegen. Ah, ich hab ja schon das da. Fang ich! Mach... Mein Gott, dieses Scheiß-Wuff-Sache ist echt manchmal zum... Ja, genau. Link wirft los in die... Richtung von dem. Na, komm her, komm her, komm her. Ja? Zeit für ein Duell. Na? Ja, ist klar, meine Fresse, dieses Scheiß-Werfen ist... So was vom Mäuse-Melken. Mann, man, ja. Na, kommt im Autor mit. Lass mal hier gucken. Lass mich weg nach unten, lass mich noch nicht gucken. Lass mal da lang. Lass mich weg nach unten, lass mich weg nach unten. Woack-Lala-Lala. Puh. Ah. Pulver. Pulver, Pulver, Pulver. Will ich haben. Sofort. Aber das ist, äh, den da. Den will ich... Ach, komm, ey. Den da will ich nicht haben. Ah, Mensch. Muss man nicht aufpassen, muss ein bisschen die Teilung wegnehmen. Zack. Oh, jetzt mal die Basen durch. Checken wir alle. Alle Vasen checken, ja. Wer weiß, was hier drin sein kann. Geht ihr? So, zum Beispiel. So, jetzt ein bisschen Pulver wir mitnehmen. Habt ihr ein bisschen... ...was zu rumpulvern haben. Danke. Dann brauchen wir bestimmt, vielleicht. Ja, hier bin ich wieder. Ah, hab ich mich zerschreckt eben. Wollt mich die falsche Taste auszusehen gedrückt dabei. Ach, doch, war richtig, war richtig. Ja, ich hab's doch. Mein Gott, ey. Wie, geht der nicht kaputt, oder was? So, wie hab ich das jetzt hier? Aha. Aha. Der ist immer lustiger hier. Pass wie beim Mario-Game, ja. Fehlt noch dieses... ...dieses... ...dredredredem. ...dredredem. Fehlt noch hier. Das würde dann auch richtig passen, ja. Na, warte mal. Dich. Oh, ich kann's nicht mal fallen, ja. Gumbaa, 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 nee. Gumbaya, mano. Gumbaya. Zack. Willy? Hast mich jetzt hingezogen, oder? Du füllst alle Löcher mit dem Stein, der Boden erzeugt, wenn du das geschickt bewegst. Ja, das war ich ja schon. Danke für dich, das war ich ja schon mal. Das hab ich ja schon damals noch rausgefunden. Ja, du mich auch. Ach, du geht's raus, so. Ach, du schon wieder, ey, du nervst. Kann man nicht, ich bin schwer zusammenschlagen. So. Besser. Aber was wiederum, wie er mir sagt, das heißt, ich muss den Block vermutlich... Ähm, Moment, wo geht's denn hier lang nochmal? Brauche mal eine verdammte Karte, brauche ich mal. So, so, so. So, 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 so. Genau, so, 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 so escuela, Maßstab. Da war ja nichts drin, da war ja ein Schuppenhof. Da war nochmal hier, dann kam ich da her. Ähm, Pulver könnte man trotzdem mal mitnehmen. Ich hab ja so gut, dass ich gar nichts mehr. So, willst du den Hummerhang wieder auszuholen? Was ist damit? Ich hängte dich mir vor. Wollte grad sagen, hallo. Komm, Eddy. Letztlich nicht. Yeah, power up! Für Pöde! Dann gucken wir doch mal. Ja, komm rein. Ja, so, so, und so. Okay. Ich gehe mal so. Ist das vielleicht ein Rücken? Wow! Eis. Eis, Baby. Ah, warte mal, da drüben. Vielleicht geht es da noch weiter. Da muss ich mal die Rügelüsen. Könntest du dich bitte verziehen von mir? Wow! Ich bin auch gesprungen. Schon so zielende Torpedos, denke ich mal. Schauen wir uns mal hier um. Ah, hier haben wir schon mal einen Weg nach oben. Der wieder nichts gebracht hat. Tolle Wurst. Ja, toll. Wieder rumrennen. Hey! Hey! Ah, mein Gott. Nein. Ah, nein. Ich verbringe nicht meine Zeit. Ich bin hier. Keine Lust. So, gehen wir mal weiter hier. Ah, gehen wir mal da hoch. Oh, jetzt wollen wir mal hier. Lang gehen. Ah, das sieht doch schon ein bisschen fester aus. In dem. Aber irgendwie wieder nicht rüber springen. Hä? Was hat er denn jetzt hier für ein Fragget? Sich veräppeln? Oh, nö. Ich hab schon so einen Verdacht, was ich machen muss. Oh, was passiert da? Ja, genau. Guten Tag, alles klar bei euch. Alles gleich, gehen wir mal weiter. Tschüss. Tschüss. Ähm, nicht so, glaube ich. Ich müsste das mal so machen. Matrix 17. Ah. Ah, danke schön. Vielen herzlichen Dank. Ich hab mal noch einen Schüssel gelegt. Wieder lang. Wow. Schaut wieder aus. Ja, oder sollte ich nicht? Ich geh mal wieder lang. Oh, das ist jetzt eine gute Idee. Ich weiß es nicht so richtig. Ja, der, warte mal. Kann man die Steine einfach umrennen? Oder sind sie zu zerstören da? Wie findet man jetzt nichts Besonderes? Sagt mir, hat mein Gefühl. Aber trotzdem probiere ich das aus. Ah, nicht da. Ah, doch nicht. Das kann man direkt sprengen. Tatsächlich. Attackiere die Kreaturen von oben herab, um den Schlüssel zu erhalten. Äh, okay. Guck mal, du jetzt von mir willst und so. Ich versuche mir gerade eine Bumme vor die Nase zu legen. Rennen! Ach, meine alten Freunde. Hört ihr auch mal wieder da. Na, komm her. Guten Hunger. Komm, iss ihn wieder. Genau, hau rein. Die kleinen, dicken Dodongos. Okay, Hunger. Ja, komm. Ja, komm, du Witzen haben. Du Witzen haben. Du Witzen haben. Komm her. Was? Man fängt jetzt schon wieder an mit diesen Backen hier. Boah, geh kaputt. Ach, komm schon. Komm, du bist nicht auf 4 Diät. Gut. Komm, du bist da hin.